Smartphone und Glaube Bringst du nicht zusammen? Ich schon. Hi, ich bin Jim. Ich bringe dir gute Nachrichten zu dir und möchte dir zeigen, dass Jesus manchmal nur einen Swipe entfernt ist. Ich möchte dich zum Lachen bringen, zum Nachdenken, zum Mitmachen und dazu, dich mit anderen Jugendlichen zu vernetzen. Gemeinsam mit meinen Freunden, Becca, Jenny, Marco, Manu und Olli, sammle ich jugendliche Gedanken zur Bibel, zeige dir, was in der Woche so ansteht und lade dich ein, auch mal über den Tellerrat hinauszuschauen. Wie ticken eigentlich die Konfis von heute, so ganz ohne ihr planmäßiges Fest? Welche interessanten Menschen und Ideen gibt es in der NRK und was ist gerade in unserer Kirche top aktuell? Bei mir gibt es viel zu sehen und noch mehr mitzumachen. Also sei dabei und schieb mir deine Gedanken zum Mittwochsbibelwort oder empfehle mir einen richtig coolen Film für meine Mediathek. Mein Kanal ist keine Einbahnstraße, sondern deine Bühne. Glaube und Smartphone. Bringst du dich zusammen? Ich schon. Und du kannst das jetzt auch. Schau doch mal bei mir vorbei.